Hey, herzlich willkommen zu einem weiteren Ründchen Gartic Phone mit fünf coolen Leuten hier, wobei das eine bin ich, also sind es vier coole Leute und ich wünsche euch viel Spaß, ich bin gespannt, wie es hier jetzt weitergeht, Folge 2. Viel Spaß. Wie funktioniert das jetzt? Du malst jetzt einfach ein Bild, irgendwas, was dir spontan einfällt. Hey, jetzt ist es Zeit zu zeichnen. Ja, genau. Achso, okay. Du malst jetzt das, was du möchtest, einfach. Wir können aber auch ein bisschen reden, wenn wir möchten, aber wir haben wirklich sehr viel Zeit. Echt, so viel Zeit haben wir? Also wir haben wirklich sehr viel Zeit, also. Also, wie geht's euch eigentlich? Oh. Folgen war es noch gut? Okay. Obwohl du mich getroffen hast, oder? Noch geht's, also sagen wir es mal so. Das ist ein bisschen eckig geworden, das will ich gar nicht eckig haben. Ich weiß gar nicht, was ich zeichnen soll. So, und dieses Bild, was ihr jetzt zeichnet, kriegt gleich jemand anders, hat nur eine gewisse, also hat Zeit, sich das anzugucken, aber wenn du es einmal wegklickst, musst du es aus dem Kopf zeichnen. Und hat weniger Zeit. Oh mein Gott, what? Richtig. Das mache ich mal jetzt nicht zu kompliziert. Doch, ich meine es mal richtig hart kompliziert. Richtig schön verschiedene Farben. Richtig schön, zack, ausgemalt. Dann male ich hier noch so eine, nein, das ist, das wollte ich nicht. Denk dran, das kann auch auf dich so zurückkommen, ne, wenn jemand das nochmal so kompliziert macht. Ich glaube, das ist dem so egal. Eins, zwei. Total egal. Bis es so weit ist, ne? Ach, das war jetzt dumm, weil ich muss das andersrum färben. Genau andersrum. So rum muss ich das machen. Zack. Wunderschön. Da gibt es ja sogar, ach, hei je, ist das schön. Bisschen kleiner. Wunderbar. Eins, zwei. Das sieht wunderschön aus. Wobei, das hier vorne würde ich ganz gerne so komplett haben. Das sieht besser aus. Hm, das könnte man nochmal. Meins wird zwar... Ist ja farbenfroh, aber nicht allzu kompliziert. Ja, meinst du, das ist auch nicht kompliziert? Also, ich habe auch sehr viele Farben, aber ich habe es nicht wirklich kompliziert. So, wie kann man ein Set zurück machen? Ja, Gott sei Dank. Unten links, hast du Pfeile. Ja, da gibt es auch Pfeile, richtig. Nein, das wollte ich nicht. Hm, ich will mir eine gerade Linie haben. So. Perfekt. So, Leute, wie geht's euch? Gut, gut. Ich bin so sopig. Schalt. Jeden Tag ein bisschen besser. Echt? Dann möchte ich gar nicht wissen, wie es dir ging bei deiner Geburt. Also, heute war sowieso crazy das. Warum? Hast du gar nicht mitbekommen? Ähm, ich habe tatsächlich gar nicht mal so viel mitbekommen, weil ich leider auf der Arbeit war. Ich habe innerhalb von fünf Minuten fast 50 Follows bekommen. Nice. Ja, ich finde sowas schön. Du machst ja auch gerne sowas, dass du einfach mal kleinere Raids und die freuen sich ja auch immer. Also, es ist einfach schön, dass es sowas gibt. Ich freue mich auch jedes Mal. Hm. Was knuffen sie so? Das ist okay. Ich bin irgendwie, ich weiß nicht, ich mache Fabelwesen. Ich kenne, ich weiß nicht, was ich... Ich kenne irgendwie aus wie ein Dino. Ich bin zufrieden. Bei mir sind nur zwei Tiere. Ach ja. Es ist immer schön, dass man Tiere malt, wenn man freizeichnen soll. Ja. Ich habe ein Tier gemalt. Ich habe auch ein Fabelwesen. Haben wir alle ein Tier gemalt? Was zum Geil? Fabelwesen. Das ist jetzt richtig witzig. Ich habe kein Tier gemalt. Ich habe mich selber gemalt. Und deswegen habe ich einen Scheißhaufen gemalt. Pup. Das ergibt Sinn. Go on. Hey. Du hättest jetzt sagen müssen, nein, Marvin. Wunderbar. Ach, das ist süß. Ach Gott, was ist denn das Schönes? Das kriege ich hin. Das kriege ich sogar einen Tacken schöner hin. Hoffentlich. Ich fand es schön. Ach so, zeichnen. Wir müssen zeichnen. Drück unten auf zeichnen. Ähm. Drück unten auf zeichnen. Die Farbe, die hier die Person, die habe ich gar nicht. Hä? Du sollst das zeichnen drücken. Unten hast du so einen Balken. Da kannst du auch die Dichte und so weiter. Die Zeit läuft. Du musst dir das nicht nur merken. Du sollst zeichnen. Ja. Donnie, Zeichner. Du tust nichts. Würdest du mich gerade ärgern oder so? Ach so. Weil ich hier vor dem Platz sitze, warte darauf, dass ich anfangen kann. Du sagst mir, ich soll zeichnen. Unten steht zeichnen. Ja, ich will zeichnen. Wo steht zeichnen? Nein, da steht nirgendwo zeichnen. Egal, ich kann mich jetzt nicht konzentrieren. An? Ich muss jetzt unbedingt das hier zeichnen, sonst ist es hier gleich zu Ende. Warte mal, das ging ja schneller als eben. Warum geht das nicht schneller? Das geht immer schneller. Zeichnen willst du dann nicht. Ja, ich habe gar keine. Ich bin am Zeichnen. Ich habe mich nur auf eine Sache geguckt. Ah, es ist weg. Was? Was war das? Wieso malt denn da jemand einen riesengroßen Grün? Hä? Scheiße, jetzt habe ich es nicht. Verdammt, jetzt habe ich es nicht mehr im Kopf. War das so? Oh, es sieht hässlich aus, aber egal. Ja, wahrscheinlich ist es meins. Nein, meine Zeichnung sieht. Warum drückst du nicht auf dieses Ding? Ich weiß nicht, was das sein soll. Es geht immer schneller, Leute. Es geht ja immer schneller. Ja. Das ist der Sinn dieses Spiels. Ich weiß nicht, was da rechts war. Das ist der Sinn dieses Spiels. Oh Gott. Das kriege ich sauschnell hin. Ist ja mega easy, Digga. Vor allem jetzt habe ich die untere Farbe. Ich dachte, das war das hier so. Und dann... Fertig. Und was war das dann? Ich bin ein wenig, ein klein wenig unter Stress. Aber ich denke... Ich weiß nicht, ich glaube, das war es schon. Die letzte Runde ist doch schnell, ne? Ach was? Ich habe mich so konzentriert bei dem zweiten Versuch, dass ich überhaupt nicht... Oh Gott, okay. Was zur Hölle ist das denn? Okay, das ist mega easy. Zack. Zack. Nein, zu groß. Das war die Farbe da drunter. Ich weiß es nicht mehr. Das ist nicht. Ja, will ich schon vermuten. Verdammt, war die Striche jetzt so oder so? Egal. Arschlecken. Ich weiß es nicht. Chaos pur. So muss das. So wünschen wir uns das. Verdammt. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich bin gespannt. Die Person hat das so schön gezeichnet und ich dachte, ich hätte genauso viel Zeit. Wollen wir das erste Bild zuerst zeigen oder das letzte Bild zuerst zeigen? Das erste, oder? Das letzte. Ja, ich finde, beim letzten können wir schon mal anfangen zu raten, was sein könnte. Okay, machen wir das letzte. Okay. Okay. Oh Gott. Hä? Grüne Fläche, blauer Himmel, ja. Das ist mein Tor. Ja. Das ist das. Das ist ein Tor. Fußballfeld vielleicht. Fußball. Wow. Ach du meine Güte. Hä? Okay. Ich hoffe, dass hier ist wiedergekommen. Ich freue mich. Und das ist das endgültige Bild gewesen. Oh. Ich habe wenigstens die Biene noch hingekriegt. Ach, es war eine Fabrik. Sag das doch. Nein, das war einfach irgendwas. Ich habe unten eine Vier gemacht wegen Vier Freunde. Oh, danke. Und eine Biene. Ich wollte erst schreiben, Vier Freunde und Danni. Ich bin an die Biene. Okay. Und die Wolke ist nirgendwo wiedergekommen. Na dann, sagt mal her. Das weiß ich. Pizza lieben Raupe. Ich tue mir schon leid. Das war das Bild, was so stellt. Das war so ein altes Bild. Ja, es wirkt etwas entstellt, wenn ich daran denke, was ich ursprünglich gezeichnet habe. Das rechte ist eine Pizza, glaube ich. Das war so ein altes Bild. Passt mal auf. Passt mal auf. Das habe ich gekriegt. Guck mal. Das war so ein altes Bild. Das war so ein altes Bild. Ja, so, pass auf. Also eigentlich ist es eine Giraffe, aber es ist eine Raupe draus geworden, immerhin. Eine Raupe und eine Pizza. Warum schön und gesund, wenn es auch hässlich und ungesund geht? Aus der Karotte wird eine Pizza, das ist geil. Und aus einer Giraffe wird eine Raupe. Ist doch eigentlich ein perfekter Werdegang, oder? Vom gesund lebenden Individuum hin zum faulen Fresssack. Ist doch genau das! Ich finde es gut, dass meine Tomaten geblieben sind. Hey, dann habe ich meine Entwicklung abgeschlossen. Tada! Das sieht aus wie eine ziemlich querliche japanische Flagge irgendwie. Sieht aus wie eine Flagge auf jeden Fall. Gut, ich habe den Farbton nicht ganz erwischt wahrscheinlich. Ah doch, es wurde heller. Ja, es wird immer heller. Sonnenaufgang. Sonnenaufgang auf Wasser? Oh mein Gott, das sieht voll cool aus. Ja. Aber warum haben die Vögel Finger bekommen und Augenbrauen? Federn. Federn. Weil die ein bisschen mehr Farbe wiesen sollten. So wenig? Achso, die sind gebräunt und haben dann noch so fünf Federn. Oder sechs. Ja. Cool. Und die Sonne hat einen Sonnenfleck? Ja. Ist ein Muttermal. Ja. Ja, das war ein Fabelwesen, ne? Ja. Da konnte ich nicht mehr, da konnte ich nicht mehr durch. Oh. Sieh. Schön. Ist so grau. Deswegen grau. Okay. Ich habe die Originalfarbe nicht mehr im Kopf gehabt, tut mir leid. Okay, das ist ein bisschen makaber. So ein Kolibri kurz vorm Spinnennetz, ne? Genau. Ist das ein Kolibri-LP-Huhn? Das ist ein Hybridmix, Junge. Das ist nur ein Fabelwesen. Ein Fabelwesen. Das Hybridhuhn. Oh je, jetzt geht's. Ich wusste, dass es von dir ist. Ich wusste es. Von mir? Ich hätte es auch erwartet, ja. Was hast du denn gedacht, dass es ist? Ein Creeper ist das. Ich habe auch gedacht, es ist ein Creeper. Okay. Guck mal, das ist ein Creeper mit Augenbrauen. Wie cool. Ich wusste es. Ich wusste, es ist ein Creeper. Ich wusste es einfach. Cool gemacht. Ne, mega cool. Hör mal. Sehr geil, Leute. Sehr, sehr cool. Wenn es euch gefallen hat, Leute, ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Falls ihr den Abonnal noch nicht kapiert habt, den Kanal noch nicht abonniert habt, dann dürft ihr das auch gerne machen. Ich freue mich mega. Vielen Dank fürs Zuschauen und noch einen schönen Tag, ihr Lieben. Haut rein. Keep rocking. Euer Rokun. Macht's gut.